Herzlich Willkommen am THG. Das ist meine Schule und ich bin Isabel. Wollt ihr mal sehen, wie es da drin ausschaut? Dann kommt mal mit. Los geht's! So, das ist unser pädagogisches Zentrum. Wir sagen auch PZ dazu. Hier treffen wir uns in den Pausen und in manchen Fächern machen wir auch hier auch Gruppenarbeiten. Und das ist Herr Schubert, unser Unterstufenkoordinator. Hallo, das ist ja prima. Wollt ihr unsere Schule angucken? Ich habe schon gehört, ihr kommt demnächst zu uns. Und das passt auch ganz gut, denn ich bin für die Klassen 5 und 6 zuständig. Und ganz besonders für die, die neu an die Schule kommen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Chef, weil wir gucken, was es da noch alles zu besprechen gibt. Kommt doch einfach mal mit. Hallo Isabel, schön, dass du auch hier bei mir vorbeischaust. So kann ich nämlich alle Schülerinnen und Schüler, die nach dem Sommerferien zu uns kommen, ganz herzlich als Schulleiter auch begrüßen. Wir freuen uns alle auf euch. Hoffen, dass ihr schöne Sommerferien verlegen werdet und hier unser nach dem Sommerferien sehen. Tschüss! Dann gehen wir mal aus dem Sekretariat wieder raus, vorbei am Lehrerzimmer und in den Chemieraum. Hier zischt und brodelt es ganz schön. Aber keine Angst, es ist alles unter Kontrolle. Dann geht's wieder durchs Bizet in den Kunstflur. Schaut mal, hier seht ihr ein paar Kunstwerke. Kommt mit, wir schauen, ob Frau Petersen da ist. Ah, hallo Isabel, schön, dass du da bist. Ihr macht eine Schulführung, komm rein. Das ist einer unserer neuen Klassenräume. Und schau mal, alles ist schon vorbereitet. Der wartet nur auf die neuen Schüler. Viel Spaß noch. Auf den Toiletten dürfen wir natürlich nicht filmen. Hier geht's zur Aula. Hier findet die Weihnachtsfeier der Fünfer statt. Und Theaterstücke und Konzerte werden hier auch präsentiert. Auf geht's zur Mediothek. Wer ein ruhiges Plätzchen zum Lernen braucht oder Bücher ausleihen will, ist hier genau richtig. Und zurück zur Schule. Ganz schön viele Treppen hier, oder? Dann laufen wir einmal im Kreis und sind schon im Medienraum. Davon gibt's am THG 2. Und neben Computern können wir hier auch iPads ausleihen. Lasst uns mal schauen, ob jemand beim Schulradio ist. Au ja, da nimmt gerade jemand etwas auf. Es ist Herr Kühn. Ihr hört das Schulradio THG FM. Wir senden aus dem Thieleholzgymnasium in Rade vom Wald. Nach den Sommerferien werden wir unsere neuen Fünftlässler begrüßen, auf die wir uns schon sehr freuen. Jetzt geht es aber erst einmal darum, noch die Zeit an der Grundschule zu genießen, die Sommerferien zur Erholung zu nutzen. Und dann werden wir uns bald auch persönlich kennenlernen. Bis bald! Und jetzt schauen wir noch mal in eine Klasse rein. Das ist die Oberstufe. Das sind unsere Großen. Und zum Schluss die Treppen wieder runter. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick in unsere Schule. Macht's gut! Ciao! Ciao! Vielen Dank.